Ich habe es geschafft, im vergangenen Jahr 2021 insgesamt 33 Bücher auszulesen, also diejenigen, die ich angefangen und abgebrochen habe, nicht mitgerechnet. Und für mich persönlich ist das, glaube ich, ein neuer Rekord. In diesem Video möchte ich einmal darauf zurückblicken, was ich Anfang des Jahres mir für Ziele gesetzt habe, buchmäßig, und wie ich das geschafft habe, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe, wie mein Leseverhalten in diesem Jahr war und wie sich das vielleicht verändert hat, was ich verändert habe an mir, an meinem Leseverhalten. Und am Ende ziehe ich ein Fazit. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Ich jedenfalls hatte sehr schöne Weihnachten. Trotz Corona haben wir es hingekriegt, mal mit der etwas größeren Familie auch wieder zu feiern. Und ich finde es total erstaunlich, wie man doch einfach nochmal über diese Zeit gelernt hat. Das alles wertzuschätzen, wie viel das bedeuten kann und wie wichtig das alles doch auch ist. Und ich bin auf jeden Fall dankbar dafür. Und jetzt starten wir mal mit dem Video. Ich habe mir nochmal das Video von Anfang des Jahres angeschaut, wo ich die Bücher vorgestellt habe, die gerade ganz konkret akut auf meinem Lesestapel waren und die ich jetzt lesen möchte, wo ich gesagt habe, das sind meine Leseziele für 2021. Und bin sie nochmal alle durchgegangen und habe geschaut, ob ich es geschafft habe, sie zu lesen oder ob ich es nicht geschafft habe. Wir haben hier als erstes Den Herrn der Ringe durchgelesen. Am Ende war es allerdings eine sehr große Quälerei. Ich bin froh, dass ich es einfach mal habe, weil ich finde, es ist gut, sagen zu können, ich kenne nicht nur die Filme, sondern ich habe auch die Bücher gelesen. Aber ich kann jetzt eben auch sagen, ja, die Bücher waren jetzt nicht so meins. Das erste war noch gut, das zweite war nicht mehr so toll und das dritte war echt eine Quälerei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann habe ich die unendliche Geschichte gelesen. Eine wirklich unendlich schöne Geschichte. Wortspiel ist euch aufgefallen, oder? Bin ich sehr froh, dass ich es gelesen habe. Sakrileg habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber auch nur, weil ich festgestellt habe, dass Sakrileg der zweite Teil der Reihe ist, von der Illuminati der erste ist. Und dann habe ich eben Illuminati gelesen, Sakrileg danach allerdings nicht. Illuminati fand ich großartig. Ich schaue mal, ob ich es irgendwann noch schaffe, Sakrileg auch noch zu lesen. Dann Per Anhalter durch die Galaxis habe ich auch nicht gelesen. Man sollte meinen, ich hätte es vielleicht mal schaffen können, weil es ja so ein kurzes, dünnes Buch ist, aber ich habe es leider nicht geschafft. Es ist immer noch auf meinem Lesestapel. Ich werde es definitiv noch lesen, früher oder später. Dann Schatten der Nacht und Nathaniel, beide von John Saul, habe ich gelesen. Ich bin die Nacht von Ethan Cross, habe ich auch gelesen. Irrsinn von Dean Koons, habe ich noch nicht gelesen. Steht da hinten allerdings noch. Von Dean Koons, die Anbetung, habe ich gelesen. Und das war ein, ja, das war ein gutes Buch. Ich weiß noch, dass ich vor allem den Hauptcharakter gut fand. Und die Story allein an sich gar nicht mal so absolut umwerfend. Aber es war eben ein schöner Charakter und eine gute Stimmung und eine gute Atmosphäre. Der Plot an sich war gar nicht so umwerfend, das weiß ich noch. Ich habe übrigens, falls jetzt jemand von euch irgendwie ein Buch hier sieht oder von mir hört, wo er mal gerne eine ausführlichere Meinung hören möchte, habe ich alle Videos entweder in der Infokarte oder in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich über alle diese Bücher rede. Ich hoffe, das werde ich hinkriegen, die alle rauszusuchen. Quality Land 2.0 von Marc-Uwe Kling habe ich gelesen. Offline von Arno Strobl habe ich ebenfalls gelesen. Und da weiß ich noch ganz genau, wie krass das war. Also das habe ich im Januar gelesen. Und da weiß ich immer noch, wie absolut intens das war. Und ich habe eben nach Offline eigentlich beschlossen, ich muss definitiv noch was von Arno Strobl lesen. Und, yay, ich habe es noch nicht geschafft, bisher ein einziges Buch von Arno Strobl zu lesen, außer eben Offline. Schande über mein Haupt. Dann Ritus, das zweite Gesicht, der dunkle Turm, nicht gelesen, beziehungsweise beim dunklen Turm nur so halb das Ziel verfehlt, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ich in diesem Jahr schon die ganze Reihe durchlesen könnte und habe ich nicht geschafft. Ich habe Band 2 und 3 gelesen, was auch schon mal gut ist, dass ich überhaupt da weitergekommen bin. Ja, Band 4 habe ich schon hier liegen, habe ich allerdings noch nicht durchgelesen. Dann haben wir das Leben und das Schreiben von Stephen King, was ja sein Schreibratgeber ist, was ich noch nicht gelesen habe. Das Jesus-Video von Andreas Eschbach oder so habe ich auch noch nicht gelesen. Was ich allerdings noch gelesen habe, war das Spiel von Stephen King und Dracula von Bram Stoker. Das heißt, ich habe insgesamt 18 Bücher am Anfang des Jahres vorgestellt, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr lesen möchte. Bei 11 habe ich es tatsächlich geschafft, bei 7 nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz, wenn man mal betrachtet, wie viele Bücher eh noch immer zwischendurch so dazukommen, wie man doch mal schneller liest. Und da sind wir auch schon wieder bei einer Thematik, die ich auch noch ansprechen wollte, dass ich ja Mitte des Jahres vielleicht oder so mal ein Video hochgeladen habe, wo ich über mein Problem mit meinem Suppe geredet habe, wo ich gesagt habe, dass es mich total nervt, dass ich eigentlich meine Bücher der Reihe nach von vorn bis hinten so durcharbeiten möchte. Und wenn dann ein Buch dazwischen kommt, wo ich sage, das will ich aber jetzt lesen, dann müsste ich das eigentlich hinten anstellen. Aber ich möchte dann nicht unbedingt erst 15 andere Bücher lesen. Ich will das jetzt lesen. Aber das passt dann nicht in mein System, in mein innerer Monk Widersprichter. Das war so der Inhalt von diesem Video. Und da kann ich sagen, da bin ich ein bisschen entspannter geworden. Definitiv. Mittlerweile stört mich das gar nicht mehr. Ich habe halt so mein Regal mit den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Das sind nicht unglaublich viele. Es sind wahrscheinlich nie mehr als 15 oder 20 oder so, die da wirklich stehen. Und dann lese ich halt, worauf ich gerade Lust habe. Und ich mache mir da gar keinen Stress mehr, das in irgendeiner Reihenfolge zu lesen, weil das für mich ein Druck ist, der komplett unnötig ist. Wenn ich jetzt sage, ich habe vor Buch Y als nächstes zu lesen, und dann kommt aber noch Buch Z, was ich jetzt dringender lesen möchte, dann lese ich halt Buch Z. Und dann werde ich Buch Y halt wann anders lesen. Irgendwann wird es soweit sein. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Das ist mittlerweile so ein bisschen meine Devise. Und da bin ich noch nicht ganz perfekt drin. Also manchmal stört dann das immer noch ein bisschen und der innere Monk klingelt dann doch noch mal. Aber grundsätzlich habe ich dieses Ding so ein bisschen in meinem Kopf befriedigt gekriegt. Und wir kommen jetzt zur Kategorie Das beste Buch des Jahres 2021. Und wir reden da natürlich absolut von meiner subjektiven Sicht, wie immer, weil ich natürlich nur die Bücher gelesen habe, die ich nun mal gelesen habe. Es geht hier absolut nicht um Neuerscheinungen oder whatever. Es geht um die Bücher, die ich gelesen habe. Welches? Der Bücher, die ich 2021 gelesen habe, war für mich das Beste. Und dafür müssen wir erst mal definieren, was macht denn überhaupt das Beste aus? Die Bücher sind ja so unterschiedlich. Es gibt ja so unterschiedliche Bücher. Und da kann ich doch nicht aus denen allen ein bestes Buch ausmachen. Für mich ist das jetzt auch nichts weltbewegendes. Das Beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Aber ich habe so ein bisschen zurückgedacht und versuche mal zu überlegen, welches habe ich einfach in bester Erinnerung gehalten. Das ist natürlich auch wieder schwierig zu bewerten, weil manche sind halt einfach länger her und manche einfach noch gar nicht lange her. Aber ich glaube, dass man da so ein bisschen so ein Gefühl hat, welches hat so eine ganz besondere Erinnerung, wenn man da jetzt dran zurückdenkt. Und ich habe mich für drei Bücher entschieden, weil sie eben doch so unterschiedlich sind. Wir haben ja auf der einen Seite eben Offline von Arno Strobl, was ich echt noch richtig intens in Erinnerung habe. Das war im Januar 2021 und ich kann mich noch so krass an diese Stimmung erinnern, die man beim Lesen hatte, weil das so eine unglaublich gruselige, beklemmende Atmosphäre war. Diese Leute, die quasi auf einer Hütte eingeschneit waren, keine Handys dabei hatten, weil sie einen Digital Detox machen wollten und dann verschwinden plötzlich Leute. Und man denkt sich, fuck, einer von uns bringt hier gerade Leute um, verstümmelt diese Leute und vor allem, was diesen Leuten angetan wird. Ich habe das noch so krass im Kopf. Also das war wirklich, wirklich, wirklich intens und das habe ich noch krass im Kopf und ich will definitiv immer noch weiterhin was von Arno Strobl lesen. Dann habe ich noch Illuminati von Dan Brown. Ebenfalls, weil es einfach unglaublich spannend war. Also wirklich durch die Bank weg spannend, 700 Seiten lang und gleichzeitig hat es eine recht interessante Thematik behandelt. Also wir haben hier eben diese Thematik Wissenschaft oder Religion oder generell Religion und so dieses Alte, Altertümliche, ganz viele Bräuche. Die Kirche spielt ja eine ganz große Rolle und das ist schon irgendwie faszinierend. Und dann haben wir noch den Astronauten von Andy Weir, was einfach bombastisch war. Also Fantasy, Science Fiction im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben diesen Astronauten, der da ganz alleine im Weltall ist, eigentlich ja nur Wissenschaftler ist und feststellt, für mich ist das jetzt eher weniger ein Spoiler, feststellt, dass er nicht mal unsere Sonne da sieht und weil es nicht unsere Sonne ist, heißt das, er ist sogar in einer anderen Galaxis und bombastische Stimmung, mehr kann ich nicht sagen, weil es so viel vorwegnehmen wird. Es geht so viel um die Probleme unserer Zeit, um Wissenschaft, aber für Laien runtergebrochen und es ist einfach super sympathisch, humorvoll geschrieben. Richtig, richtig tolles Buch. So, abgesehen von den ganzen Büchern, die ich gelesen habe dieses Jahr, habe ich ja auch wieder Kurzgeschichten geschrieben und ich habe davon tatsächlich dieses Jahr drei geschrieben. Das finde ich eigentlich recht erstaunlich dafür, dass ich mich da einfach so komplett treiben lasse und teilweise dann auch mal zwei Monate innerhalb des Prozesses eine Geschichte gar nicht weiter schreibe und mir da auch absolut keine Deadlines setze, was ich ja auch gut finde und auch definitiv in der Zukunft nicht machen werde. Aber es sind drei Geschichten geworden. Das war im März, glaube ich, ungefähr so nachts um drei, was ich Dezember letzten Jahres angefangen hatte. Dann habe ich irgendwie, glaube ich, im Mai angefangen mit Die Dinge im See, was dann im August erschien. Und ungefähr im November habe ich angefangen, die geheimnisvolle Tür zu schreiben. Da musste ich tatsächlich so ein bisschen der Line einhalten, weil ich die natürlich nicht nach Weihnachten erst hochladen wollte, sondern halt vor Weihnachten. Na, da bin ich auf jeden Fall mega zufrieden so und ich finde, das macht unglaublich viel Spaß, über Bücher zu reden und gleichzeitig eben selber so ein bisschen laienhaft zu schreiben, sage ich mal. Mir macht das Spaß und da bin ich auch sehr zufrieden mit, dass ich das immer weitermachen kann, zumindest Stand jetzt. Ja, liebe Leute, das war es mit meinem Rückblick auf 2021. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbar schönes Jahr, ein genauso schönes Jahr wie ich. Ich weiß, sehr viele Leute sehen 2020 und 2021 als Scheißjahre an oder behaupten es zumindest. Aber für mich sind die Jahre eigentlich nicht schlimmer als die Jahre davor. Man muss einfach nur die positiven Dinge sehen und man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass alles noch so viel schlimmer kommen könnte, dass wir es eigentlich letztlich doch noch relativ gut erwischt haben. Und mal ganz ehrlich, wir können auch so viele schöne Dinge immer noch machen. Lesen geht immer noch. Da kann uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir können auch noch so viel mit unseren Freunden und unserer Familie machen, dadurch, dass wir soziale Medien haben. Und gerade im Sommer dieses Jahr war es ja auch schon wieder besser. Und behaltet einfach die guten Dinge im Kopf, auch wenn die Pandemie dieses Jahr nicht vorbei war und sie vielleicht auch nächstes Jahr nicht vorbeigeht. Wer weiß. Wir können so vieles immer noch machen, auch wenn wir vieles auch nicht machen können. Behaltet euch das vor Augen. Es ist schwierig, aber versucht es. Und das ist mein Wort zum Ende des Jahres. Das gilt auch in der Zukunft noch weiterhin. Genau, und dann sehen wir uns morgen auch schon wieder zum Vorausblick auf 2022, was ich da für Bücher lesen möchte, was ich mir für Ziele setze. Und ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.